Der hat den Schalldämpfer aber grad ordentlich in die Linse gedrückt. Oh, dass keiner von denen spricht, kann richtig geil oder richtig scheiße sein. Vielleicht... Ah, wird okay. Nevermind. Das sind das so Arzen, die einfach ohne was zu sprechen Kills machen. Kann natürlich auch sein, dass sie das Trash-Mates sind. Das ist immer so ein Ding. Kann beides heißen. Der hat nur Dekol geworfen. Das ist A, glaube ich. Ja, glaubst du richtig. Also, wenn ihr euch alle zurückzieht, dann werde ich es euch gleich tun. Ich hätte einfach weggehen sollen wie alle anderen. LOL, wie ist der denn... Hä? Wie ist der denn in dem Gang drin? Der ist einfach hinter mir gespawnt. Wenn man CTs auf Wulsch bestellt. Pathetik. Pathetik. Gut, weil der halt ist doch cool. Wat? Wut? Ja. Ähnlicher Gedankengang hier an der Stelle. Ich lasse es. Ich lasse es. Mitte! Hilfe! Hilfe! Bitte! Ich lauf auf die Mate! Ich habe es gesehen. Der Mini-Mates helfen mir nicht. Hallo? Jungs, also... Jungs, also... Fuck your mother-bloom. Also, wo er recht hat, hat er recht. Ich habe Bauchschmerzen, wirklich. Bitte sprich doch so, dass man dich versteht. Das ist ja unfassbar, dass wir das zu dritt irgendwie nicht gehandelt kriegen, da mal zusammen reinzugehen. Stattdessen stellt sich jeder an wie bei Edeka. Komm, er hat aber auch keine Glanzleistung gebracht. Nein, das ist ja nicht so, dass er Gott ist. Nee, das ist nicht. Aber man kann ja auch Restaurantkritiker sein, ohne selber gut kochen zu können. Ja. Kann man. Kann man. B ist auf jeden Fall wieder was. Wie viel, man weiß es noch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall schon einiges. Genug. Es ist genug. Ja, es ist genug. Es ist zurückgegangen. Oh, nee, doch nicht. Ist noch viel. Äh, aua, Alter. Ja, ich habe ihn durch die Wand, habe ihn durch die Wand. Jo. Einmal kurz gepiekt und schon noch 25 AP runter. Ich habe keinen Bock mehr. Jo. Ich habe einmal kurz gepiekt und habe beide Leute geholt. Das ist der Unterschied zwischen uns, ne? Ja. Das ist er wohl. Zwei Leute aus dem Diegel-Duo. Ganz andere Welt. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. No. Türmchen bauen mal wieder, oder sagst du, ist nicht so? Oder ist mal wieder Zeit? Jo, wenn die aus der Smoke da rauslaufen. Ja, dann musst du mal stehen bleiben. Was, wenn die sich hier boosten? Soll ich das mal im Auge behalten auch, die Möglichkeit? Nee, wir gucken nur auf die Smoke. Also, ich glaube, die sind A, so. Ja, das wäre möglich. Sag mir so ein Gefühl, irgendwie. Ich bin die Junior- 수�fortbe��. Das bedeutet. Ich bin einflein. Das ist nicht so, dass wir uns zu sagen. Ach, ich kann was schrom. Ich hoffe. Hey, ich bin. Egli, doch bis einfach malsimilar. Ich bleibe bei mirته. Was die wusste ich? Vielen Dank. Ich kann euch Messer und phone lightweight где mentioned. Bester Spieler, Ealdor, für das Entschärfen der Bombe. Mein Gott, Ealdor. Tja, mein Mauskabel ist hier eindeutig zu sehr auf Spannung. Die Maus hat sich gerade ein Stück bewegt, als ich sie abgelegt habe. Wie random. Halt deinen Maus, Alter. Das sollte eigentlich... Das sollte eigentlich nicht passieren. Also ich hab mein Mauskabel immer so, also ich hab so viel Mauskabel hier, dass das nicht sein kann. Also das liegt schon richtig auf meinem Tisch noch. Oh, die Fress, ich verstehe kein Wort. Also nicht du. Ja, das war mir klar. Das alles andere hat mich auch enttäuscht jetzt. So, wir haben... Zello geht leider. Leider geht's Zello jetzt. Scheiße! Spray des Todes. Dass das auch noch funktioniert. Also wenn ich da erschossen worden wäre, da hätte ich mich nicht mal drüber aufgeregt. Das sagst du jetzt so. Ich glaube schon. Du hättest zwar gesagt, dass du es verdient hast, aber trotzdem. Meistens wenn ich sage, dass ich es verdient habe, dann rege ich mich auch nicht auf. Das Zello ist wieder da. Das Zello schielt irgendwie ein bisschen. Kann das sein? Was ist das für eine Lidl-Flash? Hallo? Fandst du nicht gut? Nee. Aber wenn ich da nicht weggeguckt hätte, hätte ich mich gefickt. Die sind wieder A übrigens. B ist aber Bombe. Ja, das ist ja schön für die Bombe. Ja, nicht, oder? Ja. Ja, B sind die. Was machst du auf A? Ja, hab ich doch gesagt, Mann! Ich glaube, du hast das Spiel nicht verstanden. Arschloch, Alter. Hinter dir! Bro, wie ist denn der eigentlich? Wie ist denn der unten auf The Stairs nicht gestorben? Der hat ein halbes M4-Magazin gefressen und ist einfach nicht gestorben. Wie viel habe ich dem gemacht? 93 in 4. Na, leck mir doch die Eier. Nein, später. Ja, okay. Muss ja auch nicht jetzt unbedingt sofort sein, aber war so ein allgemeiner Wunsch. Ein allgemeiner Wunsch. Ein allgemeiner Anfrage. War so eine allgemeine Anfrage. Kann zu jeder Zeit erfüllt werden. Ja, ich weiß ja nicht, bei diesen Mates weiß ich nicht so wirklich, wo ich halten soll, ey. Irgendwie ist das komisch. Irgendwie ist das komisch. Blau ist jetzt gar nicht mehr präsent. Also der eine pusht da weh durch, also da scheint ein Schuss zu sein. Ich hab meine Granatentutorials bei dir abgeguckt. Das ist ein schwerer Fehler. Ja. Okay, bei B scheint doch was zu sein. Ja. Wo sind wir? Okay, das ist volle Karache B. Volle Karache B, Mann. Ja, also ich mach ja wirklich alles, was ich kann, aber die Mates sind leider überhaupt gar nicht präsent. Die Mates stehen leider in der Smoke. Der spielt ohne Headset. Och, Mann. Z spielt ohne Headset. Warum haben wir denn wieder KIs als Mates? Also wirklich immer. Ich setz mir jetzt B mit ne Auk. Jo. Ich setz mich auch B hin, denn irgendwie kommen die oft B und irgendwie machen die Mates da relativ wenig gegen. Aber wenn die jede Runde nur Pistolen kaufen, dann wundert mich das auch nicht. Ich glaube, jetzt ist es A. Ja, wunderbar. Also ist es jetzt A, oder? Ne. Ne, warum? Ja, doch. Ich glaube doch. Bro! Dieser, der da auf den Kisten hockt, dieser Maid, ne? Also Fiamst. Der sieht aus wie ein Straftäter. Warum darf der Counter-Strike spielen? Der sollte in Haft sitzen. Da heilt es alle eure Frisse. Alter doch, Alter. Ich kann nicht mehr. Sie schmeißen die Runde weg, ich kann nicht mehr. Ich hab Herzinfarkt. Hallo, Hilfe. Krankenwagen. Ich hab einen Herzanfall, ich brauche ganz dringend Hilfe. Alter. Haltet jetzt eure Frisse. Okay, ich hab noch keine Beherrung zur Free-Frag, das ist fast. Ruhe jetzt hier. Ich habe unfassbare Schmerzen schon wieder. Ich habe unfassbare Schmerzen. Ich habe es diehunde. Ich habe mich die Dinge. Ich habe mich dieéis. Ich habe ich nicht mehr. Ich habe mich aber nicht. Mir habe ich eine Sprache. Ich war ja. Ich bin die Sprache. Das ist die Sprache. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Könnt ihr vergessen. Ich gehe mit euch. Und keine Millisekunde vorher gehe ich da rein. Ja, lad nach. Tue ich auch. Ich habe jetzt die Arschruhe weg. Oh, hier wir go. Das ist doch schön. Lieber noch ein Kill oder zwei Kills mehr machen. Und dafür nicht die Bombe defusen, als alleine rein zu rennen und auf die Mates zu warten. Das war so eine Frechheit in der letzten Runde, ey. Ich weiß nicht, ich werde abgeknallt. Der Typ steht neben mir. Und dann schließt sich der Gegner nicht auf ihn zu schießen, sondern einfach zurück zu gehen. Und sich dann von ihm abknallen zu lassen. Ich glaube nicht, dass sich der Gegner aktiv dafür entschlossen hat, sich von ihm... Doch, doch, das muss so gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der muss sich aktiv gesagt haben, ne? Ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Ich gehe zurück und lasse mich danach von dem erschießen. Also irgendwas müssen sie dann missverstanden haben, Mihaldo. Ist da was los? Auf A? Ja, ja. Hier ist Action. Ja. Wo ist denn die Action? Ich sehe sie noch nicht. Ist doch gar keiner mehr auf B. Hier auf B ist auch nicht los. Mal so nebenbei. In der Mitte. Also das ganze Team kann ich leider nicht ausschalten da. Irgendwann hört es dann auf. Schade aber auch. Let's make this right as rain. Throwing in a grenade. Smoke. Man. Hey. Doe mal. Mates, ihr seid trash. Aber wenn sie mir droppen, dann ist das wieder nice. Vielen Dank. So, ich geh jetzt auch und bleib da. Ich wurden die letzten zwei Runden immer beim Rotieren getötet. Ja klar, wenn du auf A bist, dann ist es immerhin mal einer. Also gerne. Aber jetzt kommen die halt dann B, wenn du das machst. So, möchte ich dir einfach nur mal sagen. Ja, ich bleib da noch trotzdem auf A. Ich hab hier ja nicht mehr. Ich werde immer getötet in der Mitte. Das ist auch okay. Das ist eine Taktik, die kann man grundsätzlich so angehen. Zum Endsieg würde es uns nicht führen, aber trotzdem. Es ist der Wille, der zählt. Ja, die kommen halt wirklich B. Oh, ich wäre wirklich fast schon wieder in der Mitte getötet worden, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Du musst jetzt einfach mal stark bleiben, okay? Du musst jetzt einfach mal stark bleiben, okay? Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und jetzt kommt die schlechte Seite. Oh, ich hab so Bock auf einen Kinderpinguin, aber wir haben leider keinen mehr. Wie kommt das denn? Na, weil die alle sind jetzt. Weil ich... Weil ich das öfter... Weil ich das öfter immer Bock auf einen Kinderpinguin hatte. Was das denn jetzt? Was ist denn das? Was ist das denn jetzt? Hallo? Team Moral? Was passiert denn hier? Hat er dich misshandelt? Ich sag dazu ja nichts mehr. Hat selbst Sternschen dich misshandelt oder nicht? Hallo? Antworte mir, Eyaldo, YouTube. Hast du es nicht gesehen? Ja, aber ich möchte es nochmal aus deinem Mund hören. Ich wurde misshandelt. Okay. Dann möchte ich das vor Gericht bringen. Was war das denn? Ist das auf den Tisch geschlagen? Oh nein! Oh! Du kriegst einen USP-One-Tap und da kriegst du schon so ab, dass du auf den Tisch schlägst? Oh! Das geht ja doch wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Ja, die Tischplatte musste schon einiges einstecken. Aber die ist solide. Die hält das aus. Ja, mein Tisch ist auch krass. Also das ist... Aber ich habe sowieso eher die Angewohnheit, wenn dann mir auf den Oberschenkel zu hauen, als auf den Tisch. Achso, du misshandelst dich lieber selbst. Ja, ja. Damit halt kein materialistischer Schaden entsteht. Und weg dich doch, Alter! Was macht der denn die ganze Zeit mit dir? Ich geh dich jetzt töten. Nächste Runde. Habt ihr persönliche Differenzen oder was ist das? Jetzt habe ich persönliche Differenzen mit ihm, ja. Ja, aber wo hat denn das angefangen? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr Beef habt. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Also hast du mal irgendwie den geploppt oder... Also gibt es da einen Grund oder ist das einfach... Nö, nö, der ist einfach nur blöd. Ach, der ist einfach blöd. Weiß du, 30 Mal spreche ich da hin und her, da ist niemand und dann kommt er! Oh Mann, du kannst dieses Team aber auch wirklich schon wieder in die Tonne kloppen, ne? Wir haben halt... Wir spielen halt wirklich mit einem Straftäter, mit einem Typen, der nicht gerade ausgucken kann. Und das ist halt einfach weg. Und dann haben wir halt Z-Sternchen, Sternchen dann nur rumtrollt. Wir haben halt keinen normalen Maid leider. Da kann ich auch in meiner Bestform nichts machen. Alter, bitte tötet ihn! Die haben auch alle gar nicht so eine low elo Punktzahlen, ne? Zwei von denen sind im fünfstelligen Bereich. Aber die haben... Aber das zeigt sich irgendwie nicht so wirklich. Tja... Ich find das ja so... Ich find das so geil, dass der wirklich nur dich hasst. Alter! Ich hab diesen Wichser nicht! Ich glaub, der hat noch nie... Der hat... Der hat einen Menschen noch nie so sehr gehasst wie dich, ne? Also der muss wirklich richtig persönlich was gegen dich haben. Jetzt will ich hier aber einen World Kick, du! Ja, also ich kann da grundsätzlich zustimmen. Das ist jetzt nicht so. Wir haben ja nichts zu verlieren, wenn wir den rauskicken, ne? Es ist ja nicht so, dass der wertvoll fürs Team ist. Alter, da hat noch jemand ja gesagt. Komm, raus mit dem! Raus mit dem! Ich hab' keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich werd' hier nur mit Granaten zugespampt. Money! Ich nehm' mir dann mal deine Galil, ne? Wenn's okay ist. Ist doch scheiße schon wieder. Ja. Ja, diese... In dem Moment, wo die Team-Moral so weit sinkt, dass man sich gegenseitig abschießt, das ist dann auch der Moment, wo man quasi aufhören kann. Alter, was schimmeln denn alle da auf den scheiß Treppenmarkt? Ja, ich komm' da nicht hoch, wenn die blocken. Also kann ich's auch einfach gleich nicht versuchen. Das wird eh nix. Jetzt bleiben die immer noch da! Die haben jetzt einen gekillt und bleiben immer noch da! Die halten einfach die Treppen! Ja, aber wenn ich da jetzt hochgehe, was bringt das? Die halten die verdammten Treppen! Ach ja... Ich drehe mich schon weg und die Flash trifft mich trotzdem. Ich verstehe das nicht. Macht mal überhaupt ein Team-Mate noch einen Kill? Nö. Wann hat das letzte Mal... Wann hat das letzte... Wann hat das letzte Mal einen Team-Mate einen Kill gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, so lange ist das schon her. Counter-Terroristen gewinnen! Ohhhh... Haben wir geile Mates? Ist das ne Scheiß-Map wie Anubis? Oder ne Quatsch, hier... Wie hieß der Trotz? Wie hießen die Map? Ancient. Ja genau, Ancient. Haben wir ne geile Map wie Vertigo oder haben wir Trash-Mates? Also beides geil ist nicht möglich. Beides Trash, ja, das geht auch. Aber ne geile Map und geile Mates, das ist irgendwie nicht drin. Jo, wie viele Smokes noch eigentlich? Bis die ganze Map voll ist. Ist doch schon wieder vorbei jetzt hier die Nummer. Können wir doch schon wieder abblasen. Ja. Das hätten wir vor 10 Runden schon abblasen können. Theoretisch. Auf geht's. Okay. Hätten wir einfach eine MP kaufen sollen. Die Hätten wurden verabschiedet. Die Terroristen gewinnen. Unter diesen Umständen ist es ausgeschlossen, eine Runde zu gewinnen. Das ist unmöglich. Stirbt einfach schnell, dann ist es schneller vorbei. Weck dich einfach, du dämliches Drecksgame, Alter. Ach, herrlich. Ach, herrlich.